Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video werden wir gemeinsam ein paar News, ein paar Ticker zu steppen. Einfach auch, wie die Stimmung aktuell auf dem Markt ist, näher durchleuchten. Wir werden auch einige Strategien sprechen, beziehungsweise meine Strategie, wie ich eigentlich jetzt in diesem bärischen Umfeld mich eigentlich verhalte. Ist eine Exit-Strategie notwendig oder baue ich weiter meine Posten aus oder belasse ich das dabei und ändere vielleicht meine Strategie. Und in dem Punkt werden wir einige dieser Fakten gemeinsam soweit näher durchleuchten. Wir schauen uns auch den Markt an, wir schauen uns die Flow-Preise an und da ist nämlich auch einige wichtige Indikatoren, die wir definitiv mit berücksichtigen sollten. Und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video und wir steigen auch direkt in die Materie ein. Nachdem GMT-Verdienen nun freigeschaltet worden ist, spiegelt dieses Bild eigentlich die Stimmung der Community am besten wieder. Also was ist mit GST, was ist mit den Mystery-Boxen, was ist mit dem Steppen-Team eigentlich? Denn viele an diesem Punkt haben natürlich da auch eine negative Meinung, eine negative Stimmung gegenüber Steppen, weil das Team die einzelnen Punkte und Meilensteine auf der Roadmap nicht so eingehalten hat, wie sie es eigentlich sollten. Ich persönlich kann es verstehen, wenn einige Punkte nicht soweit zurecht erfüllt werden. Aber viele Leute interpretieren jetzt auch mit dem Launch von den Rainbow-Sneakern das Ganze so ein bisschen als unfair. Und wir werden uns das gemeinsam einmal anschauen. Und es gibt nämlich auch einige News diesbezüglich. Und an diesem Punkt muss ich sagen, dass tatsächlich die Aufmerksamkeit und der Fokus im kompletten Steppen-Ökosystem auf die Rainbow-Sneaker gesetzt worden sind. Was ich auch ein bisschen verstehen kann, ist natürlich das Endgame, hat Steppen immer wieder gesagt. Aber Leute, das ist einfach nur geisteskrank, was so ein Rainbow-Sneaker eigentlich machen kann. Also wir sehen hier, dass dieser Typ oder Dame, keine Ahnung, insgesamt für acht Tage seine oder ihre Ergebnisse soweit wiedergegeben hat. Und insgesamt sind es tatsächlich in acht Tagen 996 Solana gewesen. Das Ganze hat einen Gegenwert von knapp 30.000 Dollar, was ich einfach nur stark finde. Und es werden insgesamt 72 GMTs die Minute verdient. Leute, das ist absolut geisteskrank. Also wer will mir da nicht erzählen, dass er oder sie gerne einen Rainbow-Sneaker hätte. Der Weg dahin und auch so einen Sneaker zu bekommen, der führt natürlich über Verbrennung von Sneaker. Aber man muss an diesem Punkt auch sagen, und das ist leider auch eine negative Meinung, die ich habe, denn die Herausgabe oder den Erhalt eines Rainbow-Sneakers kann Steppen selber bestimmen. Und es ist keine algorithmische Zufälligkeit dahinter. Also es ist systemseitig zufällig, kann man durch eine Verbrennung einen Sneaker, einen Rainbow-Sneaker generieren. Aber man weiß nicht, ob oder wie jetzt die Wahrscheinlichkeit insgesamt ist. Viele sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit liegt bei unter einem Prozent. Viele sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei drei Prozent. Aber letzten Endes gibt es keine so richtige Formel dafür. Das hätte ich mir selber gewünscht, auch irgendeine Datenbasis über Dune Analytics, wie viele Rainbow-Sneaker es auf dem Markt gibt und wie viele Leute insgesamt jetzt am GMT verdienen sind. Also ich persönlich, ja, 72 GMTs diese Minute. Leute, ich verdiene pro Run nicht mal 15 GMTs. Deswegen, aber das ist eine andere Geschichte. Wir gucken weiter. Die wichtigen News, die mich auch erreicht haben, ist folgendes. Und zwar Gilgamesh hatte hier vor einigen Tagen, das Ganze ist überaus aktuell, gestern sogar, folgendes gepostet, dass sie tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie das bereits gemacht haben oder machen werden, aber die Gas-Fees von Spending auf Wallet wurden von 2 GST auf 5 GST, soweit erhöht, um hier böswillige Attacken gegenüber oder im Solana-Netzwerk entgegenzuwirken. Ich weiß nicht, ob das Ganze kurzfristiger Natur ist. Sie sagen, es wird dynamisch angepasst. Aber für mich persönlich ist das kein Grund, wo ich sage, mi, 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 ist alles kacke. Es ist okay. Also wenn wir bedenken, dass wir hier tatsächlich gerade mal 10 Cent für eine Transaktion zahlen, ist das für mich persönlich auch angemessen, für eine Transaktion 10 Cent hinzublättern, weil die Transaktion, das war nun eh nur eine Frage der Zeit, bis die GSTs von 1 auf 2 erhöht wurden, von 2 auf 5 erhöht wurden. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass in naher Zukunft das Ganze von 5 auf 10 erhöht werden kann. Also je nachdem, wie der Kurs von GST aktuell soweit ist, wird natürlich viel, viel Unmut in der Community auslösen. Hat es sogar auch bereits. Viele sagten auch, dass sie das überhaupt nicht cool finden, dass das Ganze, ja, es nervt. Und viele sagen, ey, warum behebt ihr einfach den Exploit nicht? Und ich dachte, sie sind stolz darauf, den Kopf gesenkt zu halten und zu bauen. Aber ich persönlich bewerte das Ganze relativ neutral, weil wir reden hier gerade mal über 10 Cent Gebühren, ist okay. Wenn wir jetzt an Crypto-Kitties damals denken, auf die Ethereum-Chain, die natürlich dieses Spiel komplett die Chain lahmgelegt hat, waren da teilweise Transaktionen von mehreren, Hunderte von Dollar, nur für eine Transaktion. Und wenn ich mir den NFT-Space anschaue, pro Gas-Fees, ja, wenn wir auf Ethereum irgendwelche NFTs gekauft haben oder gemintet haben, alle zur selben Zeit dann hatten, haben die Leute auch richtig, richtig viel bezahlt. Deswegen 10 Cent ist okay, behandle ich aber sehr, sehr neutral. Wenn wir nochmal weiterschauen, dann hat The Crypties Award, ja, Steppen tatsächlich als das beste Spiel im Jahr 2022 ausgezeichnet, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Man muss auch sagen, ja, Steppen ist ein Spiel, was Spaß macht. Es macht Spaß. Man hat natürlich diesen Anreiz, diese Motivation, statt irgendwie die Bahn zu nehmen oder das Fahrrad zu nehmen, auch zu Fuß zu laufen. Und diese Motivation nehme ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne an, weil ich jeden Tag zu Fuß zur Arbeit laufe und man fühlt sich dadurch auch besser. Es ist aber, da will ich auch ehrlich sein, kein Grund, wo man sagt, ey, man hat da so viel Geld ins Sand gesetzt. Das hätte auch nicht sein müssen. Bin ich ganz ehrlich, Leute. Bin auch auf eurer Seite. Aber dennoch ist es für mich, ja, das beste Spiel des Jahres. Es ist natürlich eine tolle Auszeichnung. Gibt natürlich auch die ein oder anderen Impulse gegenüber anderen Investoren. Wenn wir nochmal ein Stück weiterschauen, auch CoinSpeaker hat tatsächlich auch drei Spiele im Jahr 2022 ausgezeichnet. Darunter auch Steppen, also Decentraland, Steppen und Mosch, Mosch, Snake, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ist eine Art von Snake, wurde auch als das beste Spiel ausgezeichnet. Ist okay, nimmt man gerne mit an dieser Stelle. Schauen wir mal auf den GMT-Preis. Was ist da eigentlich los? Also die Marktkapitalisierung hat hier, will ich ehrlich sein, stark, stark abgenommen. Ich weiß nicht, ob das weiterhin abnehmen wird. Natürlich ist das Interesse nach GameFi in einem Bärenmarkt überaus gesunken. Wir sehen aktuell auch auf dem Marktplatz, dass sehr, sehr viele Sneaker abverkauft werden. Gut, das GMT-Verdienen ist jetzt da. Das Spiel hat quasi seinen Höhepunkt erreicht. Und da verliert man natürlich auf den Weg viele, viele andere Leute. in der Community, die von Anfang an dabei waren. Und man sieht auch auf dem Marktplatz, auch, dass viel, viel Sneaker verkauft werden. An diesem Punkt nochmal ein privates Statement meinerseits. Leute, ich mache diese Videos nicht, damit ich irgendwelche Leute in das Steppen-Ökosystem hole. Jeder muss für sich selbst wissen, ob er oder sie bereit ist, Geld auszugeben. Viele Leute, die von Anfang an dabei waren oder mittendrin im All-Time-High gekauft haben, wir haben alle leider die A-Karte gezogen. Ganz einfach, weil wir in einen Punkt investiert haben, wo ein Sneaker, gerade mal ein Cummins-Sneaker, 17 Solana wert war. Und dort war der Preis von Solana auch 100 Dollar wert. Und in dem Punkt war das schon heftig. Also man hat hier wirklich tief in die Tasche gegriffen für etwas, wo man einfach nur 3, 4 Monate gewartet hätte müssen. Und man hätte tatsächlich für einen Bruchteil des Geldes, was man damals im All-Time-Hall investiert, hätte man jetzt tatsächlich viel, viel mehr. Und wenn ich an die Gem-Preise denke, ich habe anfangs, ja, für einen Level-1er-Gem, ich weiß nicht, damals 0,5 Solana bezahlt, was jetzt undenkbar wäre. Undenkbar, natürlich der Markt macht den Preis. Und ich will das Ganze überhaupt nicht schönreden. Auch ich persönlich stecke da auch tief drin. Ich mache diese Videos nur, weil es euch interessiert. Weil ich, ja, da will ich auch ehrlich sein, in meiner Community interessieren sich die meisten Leute für Steppen. Und ich will dem auch gerecht werden. Und ich will natürlich auch, wenn es um das Ökosystem von Steppen geht, Aufklärung leisten. Ja, wie der Markt aktuell ist, wie die News sind. Und das war nämlich auch eine wichtige Sache, die ich nochmal kurz loswerden wollen würde. Aber kommen wir nochmal zurück. Marktkapitalisierung ist hier in einem sehr, sehr niedrigen Bereich. Dennoch müssen wir tatsächlich sagen, wenn wir auf Move to Earn gehen, ist Steppen nach wie vor auf Platz 1. Was mich tatsächlich verwundert hat, ja. Also Sweatcoin hat es geschafft, SteppApp in der Marktkapitalisierung zu überholen. Also Sweatcoin hat eine doppelte Marktkapitalisierung, wie auch SteppApp. Finde ich stark. Ich werde natürlich auch zu diesen beiden Projekten weiterhin ein Video machen. Dennoch ist das Volumen hier im Bereich Steppen unangefochten von 51 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden mit einer Marktkapitalisierung von 286 Millionen und mittlerweile auf Rang Nummer 120. Schauen wir uns das Ganze preislich einfach mal an. Also die Initial Exchange Offering, was soweit durch ist, hat immer noch einen Plus von 4600 Prozent. Also immer noch einen 47X. Das heißt, die Investoren, die damals in der privaten Seed-Runde sich eingekauft haben und auch ihre Coins bekommen haben, sind jetzt immer noch mit 4600 Prozent im Plus. Also haben immer noch 47X. Das bedeutet, wenn zu dem Zeitpunkt nächstes Jahr, ich glaube im Februar, März, da werden die Wallets freigeschaltet von den Investoren, da werden wir mit einem massiven Abverkauf rechnen. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Deswegen müssen wir besonders vorsichtig sein. Anfang nächsten Jahres, wie wir uns hier verhalten. Mittlerweile, wenn wir uns den Preis anschauen, dann befinden wir uns tatsächlich hier in einem Lower Low. Mittlerweile auf einem Stand von März. Ja, Mitte März, was krass ist. Also es ist so, als wäre diese ganze Hype-Phase nicht da gewesen. Und da muss ich auch fairerweise sagen, dass in diesem Bereich jeder, der hier eingekauft hat, leider, leider zu den Verlierern zählt. Und auch ich habe vielleicht hier irgendwo eingekauft und mittlerweile auch sehr, sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Aber es nützt nichts. Wir brauchen eine Strategie. Welche Strategie können wir hier eigentlich jetzt nutzen? Ja, also ich habe insgesamt einige Sneaker. Ich glaube insgesamt 15, 16, keine Ahnung, wie Sneaker ich habe. Aber für mich persönlich hat sich jetzt auch mit dem Verdienen von GMT auch die Strategie geändert. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich habe einen Sneaker-Uncoming-Trainer auf Effizienz ausgerichtet. Und ich habe dann gesagt, okay, ich könnte jetzt meine Punkte nehmen von Effizienz auf Komfort übertragen, weil dadurch kriege ich natürlich mehr GMTs die Minute. Aber ich habe tatsächlich was anderes gemacht. Ich habe mir im selben Zuge direkt einen komplett neuen Sneaker gekauft. Ich habe darauf geachtet, dass dieser Sneaker tatsächlich zwei Komfort-Gem-Slots hat und zwei Glück-Slots eben auch hat für das Farmen von Mysteryboxen. Mein Sneaker sieht tatsächlich so aus. Level 30. Ich habe mir gleich auch einen Level 30er Sneaker gekauft, weil ich einfach dieses Aufleveln nicht wollte und weil es natürlich auch kostengünstiger war, wenn wir an die einzelnen Meilensteine im Level-Prozess bedenken. Also du hast ja einige Level-Prozesse, wo du auch GMT bezahlen musst. Von 29 auf 30 musst du nämlich 100 GMT bezahlen. Und für mich war das tatsächlich ein Stück weit günstiger, gleich einen neuen Sneaker zu kaufen. Da habe ich nämlich Wert darauf gelegt, dass ich zwei Komfort-Slots habe und zwei Glücks-Slots. Und so sieht das Ganze aus. Insgesamt verdiene ich bei 14 Energie Level 5er Mysteryboxen und circa, je nachdem wie viele Leute gerade GMTs verdienen und gerade am Laufen sind, sind das so im Schnitt 13 bis 15 GMTs. Was für mich vollkommen okay ist. Also wenn wir jetzt sagen, im besten Fall 15 GMTs sind das am Tag 7 Dollar. Und das nämlich jeden Tag hochgerechnet minus jetzt ein paar Tage abziehen, wenn man keinen Bock hat zu laufen. Und das sind insgesamt circa eine Stunde 20, wo ich wirklich draußen an der frischen Luft bin und auch meine Hörbücher konsumiere, meine Sinneschärfe und auch mein Mindset soweit verfeiner und einfach die Hörbücher konsumiere, die ich lange, lange immer hören wollte, aber es nie geschafft habe. Ist das für mich eine sehr, sehr gute Routine, die ich da auch angewendet habe. Und 7 Dollar am Tag ist natürlich vollkommen okay. Nach 4, 5 Tagen werden das immer noch ein Solana, den man on top quasi an Gewinne mitbekommt. Was auch sehr, sehr spannend ist, ich glaube, das wissen nicht viele. Die Leute, die auch Komfort leveln, dadurch sinkt auch dein HP-Loss. Das heißt, pro Run, ja, wenn ich mir jetzt meine Level 14er oder 14 Energie-Runs einmal anschaue, dann wird mir hier eines klar. Mir wird klar, dass tatsächlich bei 14 Energie insgesamt wenig HP verloren geht. Also insgesamt sind das 0,49%, die an HP verloren gehen. Und wenn man ein Level 1er-Gem hat, bekommt man quasi 1,8% an HP zurück. Das heißt, pro Level 1er-Gem sind das drei Runden, die wir haben, also dreieinhalb Runden circa. Und wenn wir jetzt sagen, pro Runde verdienen wir 15 GMT, also wirklich überaus gut geschätzt, ja, sind das an diesem Punkt 45, also 21 Dollar. Und dafür nämlich 1, 2, 3 Dollar abziehen für HP-Regeneration, für vielleicht auch nochmal ein bisschen GST, um deine Sneaker wieder zu reparieren. ist das für mich immer noch ein guter Deal. Also man hat hier mehr als 15 Dollar alle drei, dreieinhalb Tage, die wir als Gewinn und als Profit eben doch haben. Ist jetzt nicht die Welt, aber es ist immer noch ein guter, akzeptabler, vielleicht nicht ein super Profit, aber es ist okay. 15 Dollar alle dreieinhalb Tage ist für mich okay. Natürlich ist kein Vergleich zu den Rainbow-Sneakern, weil da ist es nämlich richtig, richtig krass. So, und das ist nämlich meine Strategie, Leute. Also alle 14 Energie bekomme ich Level-5er-Boxen plus GMT und dadurch wenig HP und das ist für mich vollkommen okay. Das war vorher mit meinem Effizienz-Sneaker überaus schwierig, weil da einfach viel mehr HP verloren gegangen ist, als ich GSTs eingenommen habe. Deswegen ist das für mich erstmal soweit die beste Strategie. Ich habe noch ein letztes Mal tatsächlich, ich glaube 350 Dollar ausgegeben, ist aber keine Anleitung dafür, dass ihr kaufen solltet. Schauen wir uns mal den Floorpreis einfach mal an. Ja, also wenn wir uns das hier einmal anschauen, ja, wir haben in einem hohen Peak bei 1,38 Solana, mittlerweile bei 1,12 Solana haben wir hier schon einen krassen, krassen Preisverfall gesehen, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, wir haben hier am 12. Oktober auch einen krassen Dip nach unten gesehen, auch mit den Gem-Preisen. Also mittlerweile ist es so, dass der Komfort-Gem auch nicht mehr so gut ist, weil, ja, die Leute sind wahrscheinlich schon ausgesorgt, die Leute haben schon ihre Gems bekommen oder synthetisieren gerade und deswegen ist natürlich auch der Komfort-Gem nicht mehr so weit lukrativ. Und ich nehme an diesem Punkt an, dass viele Leute auch jetzt sicher dazu entschieden haben, GMTs zu verdienen. Wir gucken uns gleich auch nochmal an, wie viele Leute das insgesamt sind, denn da geht, da haben wir auch eine kleine Schätzung, die ich auch mitgebracht habe und in dem Punkt, wenn du natürlich Komfort gelevelt hast, brauchst du nicht zwangsläufig große oder Level-2er-Gems, um deine HP wieder zu regenerieren oder nicht so viele Level-1er-Gems. Deswegen ist es tatsächlich auch so ein bisschen verständlich, dass jetzt auch der Komfort-Preis so ein bisschen runterdippt. Gut für die Leute, die GSDs verdienen und vielleicht Komfort nicht so großartig gelevelt haben. Aber kommen wir mal zur Aussage, wie viele Leute nun schlussendlich jetzt GMTs verdienen. Das ist auch nochmal eine spannende Sichtweise. Und zwar sind es insgesamt, stand jetzt live, 3.788 Leute. Das ist immer noch sau wenig. Umso weniger Leute, ja, GMTs verdienen, umso mehr GMTs bekommst du. Und es ist davon abzusehen, das sind wahrscheinlich die Leute, die bis auf den letzten Tag, egal wie der GMT-Preis steht, GMTs verdienen werden, um es abzuverkaufen. Aber es ist tatsächlich ein ganz, 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 ganz kleiner Wert. Natürlich nicht vergleichbar mit den Rainbow Sneakern, weil da wird das meiste Geld gemacht, ja. Also wenn wir uns die Floorpreise da einfach mal anschauen, ist es einfach nur geisteskrank, was da eigentlich passiert. Wie geht es eigentlich mit Steppen und GMT weiter? Das ist auch eine Frage, die mich oft erreicht hat, ja. Leute, ich will das Kind beim Namen nennen. Wir sind aktuell in einem Bärenmarkt und ich sehe auch, dass die Marktkapitalisierung immer weiter sinkt. Und in dem Punkt ist auch Steppen aktuell auf Rang 120. Mittlerweile, wir waren vor einigen Tagen sogar unter, also im Rang 100, ja. Und wenn wir uns die Zahlen hier nochmal genauer anschauen, auch die Wachstumsrate, das lässt hier tatsächlich zu Wunschen übrig. Wir haben in Q1 massiven, massiven Aufwärtstrend gesehen. natürlich auch gefolgt vom Hype, natürlich auch hat Steppen sehr, sehr viele neue Leute, die in Kryptosphäre unterwegs sind, neue Leute mit angezogen. Es ist natürlich ein Game, was auf Web 3 basiert ist, aber will natürlich auch so ein Stück weit die Integration in Web 2 haben, also Leute aus der Web 2 Szene eben doch mit anlocken. Und dann gab es in Q2 einen massiven Verlust von minus 66 Prozent. In Q3 gab es einen Verlust von 24 Prozent und 25 und so weiter. Es ist davon auszugehen, weil wir eben auch wenig Volumen haben. Und es ist davon auszugehen, dass der Preis von GMT noch weiter sinken wird. Also wie GST eben auch ausschaut, da hatte ich das immer wieder gesagt, GST ist in der Supply Unlimited. Deswegen ist dieser Coin tatsächlich da, um zu sinken und nicht umzusteigen. Denn das hier war tatsächlich ein Überkauf, ja, also das Ganze wurde von vielen Leuten mehr gekauft, als es verkauft wurde. Und dann sehen wir natürlich, was das Ganze überhaupt preislich soweit anrichtet. Ja, also wenn wir uns auf GMT einfach mal uns anschauen, das Ganze ist deflationär. Und immer wenn irgendein Burn durchgeführt wird, wird GMT komplett verbrannt. Und das lässt natürlich auch wiederum den Preis nach oben treiben. Mittlerweile in der Supply haben wir noch nicht das erreicht, was wir erreichen sollten, um eine Preissteigerung zu gerecht zu werden. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Es wird nämlich auch im Februar, März nächsten Jahres, ist davon auszugehen, dass wir einen massiven Abverkauf haben werden. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir nicht mehr auf Rang 120 sind, vielleicht sogar auf Rang 150 oder auch 180. Und da will ich ehrlich sein, ja. Es gibt andere Move-to-earn-Projekte, die natürlich in der Marktkapitalisierung nicht das erreicht haben, was Steppen erreicht. Aber es könnte natürlich vielleicht sein, dass ein Projekt, die ein oder anderen Projekte, ob jetzt Sweatcoin oder StepApp, so gefährlich nah an die Marktkapitalisierung von GMT kommt, als andere Projekte. Deswegen will ich euch darauf vorbereiten, ja, der Abverkauf steht noch an. Das wird noch kommen. Wir haben hier ein Lower Low gebildet. Es wird womöglich noch einen weiteren Lower Low geben. Wie krass sich das auswirken wird, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir das Volumen anschaue, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir auf 40, 35 Cent nochmal sinken könnten. Und irgendwann mal brauchen wir natürlich auch eine Initialzündung, damit das Ganze nach oben geht, ja. Und in dem Punkt einen neuen All-Time-High auch mit ansteuert. Auf langfristiger Sicht, ja, da glaube ich schon, dass Steppen ein Fitness-Lifestyle-Produkt sein kann, der viele, viele Marken eben auch mit vertritt, viele Kooperationen eingeht. Weil wenn wir daran oder darüber nachdenken, wäre Nike und Adidas die besten Kooperationspartner oder Rebook zum Beispiel. Und auch andere Marken, die irgendwas mit Laufen oder mit Sport und Fitness zu tun haben. Es könnte natürlich dazu beitragen, dass Steppen hier durch die ein oder anderen Kooperationen auch einen weiteren Preisanstieg sehen könnte. Vielleicht sogar auch einige Themenbereiche, die mit einer Blockchain zu tun haben könnten, weil was Steppen jetzt macht, und das ist für mich persönlich ein Wettbewerbsvorteil, ein USP gegenüber Steppen, ist, dass Steppen ihre eigene Blockchain hat. Vielleicht könnte Steppen auch in dieser Art und Weise etwas angehen, wo sie sagen, wir bauen unsere eigene Blockchain, unsere eigene Move-to-Earn-freundliche Blockchain und das würde natürlich auch wieder dazu führen, dass der Preis hier massiv steigen könnte, weil einfach ein neuer USP auf dem Markt ist, ein neues Produkt, eine Infrastruktur, die Move-to-Earn-freundlich ist, weil Solana und Ethereum und Binance Smart Chain sind auf keinen Fall irgendwelche Chains, die oder worauf ein Game-Frei-Projekt langfristig auch aufgebaut werden kann, weil diese Chains eigentlich nicht kompatibel sind mit Game-Frei-Anwendungen, aber nicht auf langfristiger Sicht. Und das ist auch so meine Meinung, diese Blockchains sind eher auf Transaktionen ausgerichtet, als auf irgendwelche NFTs oder Game-Frei oder Social-Frei, wie auch immer. Und das wäre an diesem Punkt auch soweit meine Meinung und mich würde auch interessieren, wie du das Ganze siehst. Siehst du das genauso wie ich oder hast du eine andere Meinung oder siehst du das Ganze eher kritischer an? Dann schreib das gerne in die Kommentare. Lass uns da bitte in Austausch gehen und ich wünsche euch allen einen wunderbaren Start in den Tag, einen guten Run, einen guten Abend meine ich, keinen guten Start in den Tag. Und an dieser Stelle wünsche ich euch allen einen wunderbaren Tag, habt einen guten Run, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.